Hi meine lieben Zockys! Ja, Geld raus, Schluss! Links habe ich mir gedacht und dann machen wir rechts noch ein bisschen Drücker. Und da schauen wir uns ein bisschen den Jackpots Angel an auf 60. Und hier ein bisschen Drücker spielen, auch nicht schlecht. Na, aber ja, genug drauf. Und schade. Ich dachte, wie in alten Zeiten in der Spilo, alle so gern geballert. Eine Challenge wisst ihr ja, vergesst sie nicht, wie man sagen kann, im Radius um einen Wohnort, wo es eine Spilo mit Goldstar gibt, im Paket. Oh, was haben wir da oben? Ah, schade. So. 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 Untertitelung. BR 2018 Wow, got it. Ah, komm, der Teufel. Hört sich vom Angel. Oh, was haben wir da? Ah, das war schlecht. Insofern es schlecht da gibt, weiß ich nicht. Ah, kurz vorm Sofortgewinn. Da ist hier ohne. Oh, und Reisgert schön. Sechs oder Reisgert? Nein, sechs. Reisgert. Reisgert. Oh, auf die Gold. Oh, auf die Gold. Nein. Oh, die Goldspiel zeigen. Und dann verballer ich. Ach, wie ich auf die Tasche hochgedruckt habe, Leute. In der Spielo, an dem Kasten, kann ich gar nicht sagen. Oh. Halleluja. Halleluja. Ah, schade. Dann kommt der Safe nochmal. Nein, ist wieder weg. Nein, ich denke, wir können gar nicht sagen, dass der Kiste da ist. Nein. 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 Oh, schade. Na, schade. Na, ich denke, ich denke, ich denke, ich glaube, ich gebe das. Checkprozentig liebt noch. Jetzt machen wir mal ein Save. Komm, komm, komm. Schade. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018